herzlich willkommen zu einem neuen video von tramsim wer sich fragt welchen tramsim wer es nicht im titel gesehen hat tramsim wiener natürlich also nicht natürlich ich habe auch wünschen wie gesagt heute gibt es ein bisschen besonderen part und zwar farblau modus ja wir machen ruhig um zur zeit aber wir fahren mit einem anderen modell wenn ich nicht täusche geht das hier genau das modell aus münchen der rest ist aber ganz normal wir fahren um 13 uhr im sommer perfekt na ja es die ansagen sind natürlich wie wir haben wir sind nicht wie münchen wir schauen uns das ganze jetzt aber auch im fahrplan an ich weiß nicht ob das bei dem modell nicht geht oder so keine ahnung ja das geht wir starten habe ich ja mit dem schottenring genau 305 bestätigen wir wollen jetzt aber schon an alles ist auch im wetter modus wir wollen es jetzt bitte verregnet ja komm machen wir mal voll und was gibt es hier die bitte okay und die wird 13 5 wir machen 13 uhr 4 genau und wie schaltet man hier denn können ja kurz gucken einstelle halt aber nein ich dass so einstellungen steuerung und zwar hier gibt es doch sicher irgendwo irgendwo ja das weiß ich also k brauchen wir ja okay ja ich weiß zum spiel also mit kageln wir schon mal das licht hier an machen aber der scheibenwischer eier da richtungsbränker weichen schalter genug so was ist mit schnell ich will genau das will ich das ist perfekt so haben wir hier auch jetzt ein fahrplan doch aber doch das sehen wir jetzt wissen gerade muss nun eigentlich plus das heißt das zu frühjahr der war im auge behalten jetzt haben wir es wenn wir jetzt wieso geht das gerade nicht weil wir fahren aber was du kannst ja nicht die uhrzeit umstellen also bremst normal keine ahnung was das jetzt war also wieso das gerade nicht geht es ist aber auch wurscht so auf allgas und wir werden es ja gleich sehen a plus null jetzt ja das heißt nicht mehr eine minute zu spät aber aufpassen bürse umsteigen zu d in richtung nussdorf 40 a ich will das das an kurs ja ok und zurzeit genau der passt so bitte alle einsteigen hallo es gibt die türen das ist halt der typ ulf was ist das für einer ich glaube das ist der b1 hat der schon oder wir können hier auf jeden fall mal die türen verriegeln zack das ist wie gesagt richtig und wichtig und wir können hier auch ist das da ja ja richtungsblinken dann denken wir auch mal das ist auch richtig und wichtig ja das war gerade noch gut das weiß ich ganz sicher bin ich auch gefahren die haben jetzt wieder geholfen keine ahnung steigen zu 31 31 3 ja wir sind jetzt noch ein bisschen weiter schau gut steigen zu 2 4 31 3 8 3 5 3 3 4 5 5 5 5 6 7 8 7 8 9 6 9 10 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 Jetzt werden wir warten. Ja, näher. Zack, Türen verriegeln. Ja, da müssen wir jetzt leider los. Ich sag gelo, Adel. Vollgas. Wir sind in die falsche Richtung gefahren, das geile Fahrzeug. Außen damaligen Steine aus 2m. Ihnen stimmt nicht auf 40. Am Tumbahn stimmt nichts, im Müß nicht. Aja, ich habe ein bisschen aber eben das heißt es nicht ganz so schlimm klar ja um die ansage ist es nicht zu scheitern war das heißt um elf ist hier die um elf ist hier okay du musst nur um elf hier sein liebe fahrgäste bitte halten sie die ein- und aussteigebereiche frei liebe fahrgäste die haltestelle konnte nicht ordnungsgewäß angefahren werden bitte steigen sie vorsichtig aus was ist das hier gerade irgendwas ist hier passiert okay das ist jetzt auch mal eine ganz interessante sache also gerade abgelehnt so die straßen ist hier irgendwie schottentür steigen zu und zwei 37 38 40 so jetzt ist es gleich am fahrt das weit 42 43 44 1 3 12 sind wir beim reitungsplatz ungeladen zurück gesagt Das zeigt jetzt wirklich aus. Ja, stellen wir mit. Das heißt, es geht jetzt weiter mit der Ansage Rathausplatz Burgtheater, wenn Sie nicht alle guten Gäste täuschen. Ups, sei. Ups, sei. Die Tür in Köln soll es nicht schließen. Zack, die Türen hier verriegeln. Und die sind noch nicht zu alle. Jetzt kann man abfahren. Halt, ist es schon zwölf? Ja, ja. Um 13.00 Uhr sind wir noch im Parlament. Wie gleich. Wie ein knackiger Schadler. Wir sind jetzt umpünktlich gerade. Um 14.00 Uhr müssen wir schon beim Ring Volkstärte sein. Das drückt gleich da vorne, aber trotzdem. Bremse aus, Türen verriegeln, passt. Was machen die da? Okay, passt. Oh! 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 Ich werde sie jetzt nochmal einstellen. Und die Tür müssen nicht auffahren. Und Frank hat es. Wir sind in 13, ja, ja, 14 schon, aber wir sind zu, achso, nee, passt schon, 17 sind wir beim Burkheim. 49, 48a. Ja, wir sind ein bisschen zu spät da beim Friedenvolkstheater. Nein, du wirklich glaubst, dass wir erst dort sind, so. Ah ja, ist schon. Das ist hier schon der Burkheim, ganz sicher, ja. Ja, okay, ich muss sicherlich hier auch. Ja, die Münchner-Kastbetriebe kann ich nicht so gut wie die Wiener steuern, deshalb nicht runden. Wir können uns natürlich davonrollen, ist ja klar. Bis ist die erste Tür offen, jetzt mit der Sonderansage. Was machen die bei der Tür für drei? Wer da, was passiert hier? Wie kann ich nicht schließen? Das ist doch eigentlich nicht gerade. Okay, dann sagen, keine Ahnung, wie sind die Türen für Riegel ist? Nee, dann müssen wir es jetzt sauber machen. Das ist ja die einzige Möglichkeit, dass die Tür zugeht. Ist jetzt zu, ne? Dann kann man ja, kann man sich eben nicht setzen, aber eigentlich müsste ich nicht. Okay, dann geben wir es nochmal frei. Welches Fahrzeug ist dann hinter uns zum Beispiel? Sie müssen doch mal halt bei mir umstellen, ich lasse sie halt nachher wieder umstellen. Wir kommen jetzt nicht mal an, so was aussieht, oder? So, vielleicht kann ich dem Musikbutz helfen. Nee, kann ich natürlich nicht. Ich brauche mich die erste Tür kurz. Ich kann mich leider gar nicht zu bedienen. Schade. Wäre halt schön. Nee, geht gar nicht, wirklich. Das ist wirklich nicht so. Jetzt haben wir es, ja, jetzt haben wir schon 17. Einmal hier die Türen, zack, verriegeln und abfahrt ist. Hier sind auch nicht einmal die Anforderungen. Toll. Jetzt. Da tut mir leid. Der Straßenbahn hat Vorfahrt. Wow, ich habe doch Vorfahrt. Das habe ich doch gerade extra gesagt. Wahnsinn, okay. Das schaffen wir ja. Ich bin halt viel schneller als die anderen Straßen sollen. Überall, ich kann halt mehr rasen. Okay, hier ist rot. Hier wird's. Okay. Ah, da war er gerade. Okay, okay. Na, dann passt's. Gut mal, Leid, aber ich habe Vorfahrt. Ich muss zur Haltestelle. Ups, der ist hier. Das habe ich hier jetzt nicht mehr gewusst. Das mache ich jetzt mal nur die Tür an. So, ich schau mal, was passiert. Okay, ich lasse euch eine raus. Die Stau, gut, dann machen wir hier halt auch zu. Eine passt schon. So, einmal, zack, hier die Türen verriegeln. Das geht eh nur ums Aussteigen. Geht's doch noch mehr. Oh, ist okay. Geht ja, wie gesagt, nur ums Aussteigen. Ja, die Antworten kommen schon, aber wir sollten nach rechts blinken, weil sonst ist die Weiche. Und ich schau mal. Ich schau mal, dass ich sie nicht mehr schlau. Ich schau mal. Ich schau mal. Ich schau mal. Kerinizplatz. aza. 4. D. 2. 62. 2a. �. Dieser Zug fährt nur bis Bösendorff. Hallo, hallo, ähm, den Filmstift, ähm, was ist ja, äh, na? Ja, das war's mit dem Video, tschau Leute, ach ja, nur kurz die Punktezeit eingeblendet, so, 187, das war's mit dem, circa so 17 bis 18 Minuten, tschau.